Wenn wir eine Wechselspannung an einen Kondensator der Kapazität c anlegen, dann fließt durch den Kondensator ein Wechselstrom. Die Wechselspannung wechselt die Polarität mit der Frequenz f. Mit dieser Frequenz ändert auch der Wechselstrom seine Flussrichtung. Ein Kondensator, an den eine Wechselspannung angelegt ist, hat einen komplexen nicht-ohmischen Widerstand, der als kapazitive Reaktanz bezeichnet wird. Dieser wird meistens mit xc abgekürzt. Das c steht für das englische Wort Capacitor, was übersetzt Kondensator heißt. Manchmal wird die kapazitive Reaktanz auch als kapazitiver Blindwiderstand bezeichnet. Du kannst den kapazitiven Blindwiderstand ganz einfach berechnen. Du brauchst dafür die Wechselspannungsfrequenz f und die Kondensatorkapazität c. Der Blindwiderstand ist –1 durch 2 mal Pi mal f mal c. Pi ist hier die Kreiszahl mit dem Wert 3,14. Das Minuszeichen sagt aus, dass die Wechselspannung u dem Wechselstrom i hinterherhinkt. Die Einheit des kapazitiven Blindwiderstands ist Ohm. 2 Pi mal f wird übrigens oft zur Kreisfrequenz Omega zusammengefasst. Wenn du eine sehr große Wechselspannungsfrequenz benutzt, dann wird der kapazitive Blindwiderstand sehr klein und der Kondensator lässt den Strom leicht durch. Wenn dagegen die Wechselspannungsfrequenz sehr klein ist oder gar null, wenn also eine Gleichspannung anliegt, dann wird der kapazitive Blindwiderstand unendlich groß. Der Kondensator lässt keinen Strom durch. Wie du an der Gleichung siehst, kannst du auch die Kapazität nutzen, um den komplexen Widerstand des Kondensators anzupassen. Wenn wir mit Effektivwerten der Spannung und des Stroms arbeiten, dann interessiert uns nur der Betrag des kapazitiven Blindwiderstands. Das Minuszeichen können wir also weglassen. Machen wir ein Beispiel. Du legst eine Netzspannung an einen Kondensator mit der Kapazität von 10 Nanofarad an. Die 230 Volt Netzspannung hat eine Frequenz von 50 Hertz. Setze die Werte ein. Damit beträgt der kapazitive Blindwiderstand 318 Kiloohm. Um den Effektivstrom zu bestimmen, der durch den Kondensator fließt, benutze die URI-Formel. Statt den ohmschen Widerstand R einzusetzen, benutzt du den kapazitiven Blindwiderstand. Stelle nach dem Strom um. Setze die 230 Volt Effektivspannung und 318.000 Ohm ein, dann bekommst du einen Effektivstrom von 0,7 mA. beeintrechter. Musik